ich lese das soliger tagewart von mittwoch den 13 november und ich zeig mal ich möchte auf die bildunterschrift eingehen so könnte es bald in den niederlanden aussehen um den schadstoffausstoß zu reduzieren soll die höchstgeschwindigkeit auf autobahnen künftig tagsüber auf tempo 100 sinken wo bislang tempo 130 gehalt soll diese höchstgeschwindigkeit nur noch zwischen 19 und 6 uhr erlaubt sein das hat das niederländische kabinett am dienstag als teil des maßnahmenplans zum klimaschutz vereinbart fotomontage im mago so das ding hier ist eine fotomontage und ich sag's noch mal das ist ein presseprodukt das ist das soliger tageblatt ist eine tageszeitung zeitung ist absolute scheiße wenn fotomontagen zu so einem thema auf dem titel land ich kann die noch mal zeigen und dann höre ich auch schon auf mit der aufnahme das ist keine schöne zeitung das ist ein scheißblatt so ich zeige es noch mal das ist eine fotomontage sowas hat so auf dem titel nichts zu suchen der x-blatt